Hallo und herzlich Willkommen zum Rude-Sing-Kalender 2021. Heute am 20. Februar machen wir mit euch eine Zeitreise in das Jahr 1934. Einer der größten Hits der Comedian Harmonist. Den wollen wir mit euch zusammen singen in einer ganz besonderen Version. Etwas flotter, dynamischer, aber passt auf, dass ihr euch nicht verletzt. Viel Spaß dabei. Lumen im Garten, so 20 Arten, von Rosentulpen und Arzissen, leisten sich heute die 13 Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Was brauch ich, rote Rosen, was brauch ich, roten Mohn? Holleri, Holleri, Hollerlohn. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Man flinkt gewöhnlich, die Frauen ähnlich, den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, was sollen die Leute sonst von mir sagen? Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Was brauch ich, rote Rosen, was brauch ich, roten Mohn? Holleri, Holleri, Hollerlohn. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Und wenn ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Heute um viere, klopft an die Türe, Nanu besucht so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, er sagt verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben noch einen Kaktus auf Ihrem kleinen Balkon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Der Fee soll eben runter, was halten Sie davon, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Er fiel mir aufs Gesicht, aufs Glauben oder nicht, jetzt weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus, wir fälligst anders rum, Holleri, Holleri, Hollerlohn. Wir wünschen Euch noch einen wunderschönen 20. Februar und freuen uns auf ein Wiedersingen. Und wenn Ihr wissen wollt, wann das nächste Online-Rudelsingen startet, schaut einfach nach auf www.rudesingen.de. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Das ist ein Wiedersingen.